So, daheim gegen Bury geht's weiter in Top-Besetzung, nur genau, eine Erinnerung wollte ich ja durchnehmen. Er hat's nicht geschafft übrigens, das habe ich zuerst immer vergessen zu erwähnen, er hat's gegen Bansin noch nicht, war er noch nicht fit und auch im FA Cup war er noch nicht fit, aber jetzt ist er wieder zurück. Was ich mit euch jetzt auch zeigen möchte, ist die Statistik, vielleicht jetzt einmal und dann eben einmal zum Schluss dann noch, ich muss jetzt was trinken, weil ich habe ja gerade einen wirklichen trockenen Hals. Zur Statistik, Einsätze, Dauerbrenner, sind die hier. Da ist Bosenik schon weit abgeschlagen. Die Tore, das ist ein Punkt, den können wir uns jetzt gemeinsam ansehen, es ist Brandt, Barrett, Kaiketo, Brandt, Ramirez 3, Arbal 3, Gagné schon 5, 6 Spiele, 5 Tore. Das ist ein guter Schnitt und da Schmidt, 29 Spiele, 5 Tore, 6 Vorlagen und da ist Kai, 5 Tore, eine Vorlage. Aber Schäfer, 6, 4, 9, 12 und da haben wir in 31 Spielen, 7 Spiele mehr gespielt, aber 9 Tore, 8 Vorlagen. Ich meine, Mecker Linden ist da auch mit 9 Tore, 12 Vorlagen, nicht gut, also sehr gut dabei. 10 Tore, 7 Vorlagen, Ludwig, 15 Tore, 26 Vorlagen ist es. Täler, Bosenik mit 22 und 17 Vorlagen, schon mittlerweile abgeschlagen und 28 Tore und 10 Vorlagen, das ist unser Pires. Ohne Gegentor, Püm, Sweeney natürlich die Abwehr halt. Zur Ab-Tribut-Änderung hat es nicht viel gegeben, Schmidt hat 13 bekommen, 8 Ludwig, 3 Schäfer, 2 Püm, 2 Williams, Sweeney, Story, Brandt, Ramirez, Pires, Kai, Egan, Cole, Williams, Taylor, Smallcombe. Ich meine, vom Alter brauche ich ja auch nichts sagen. 16, genau, unser Neuzugang, rechter Verteidiger, Entschuldigung, fast vergessen, Brandt, Ludwig, Pirate, Schmidt, das sind unsere ganzen Jungen hier. Aber im Finanzwesen, die Verträge laufen von Williams, kann ich da jetzt schon eine Verlängerung machen? Kann ich, ich mache sie im Schnelldurchlauf. Und so sind sie auch, da kann ich leider nichts machen. Kalkedo kann ich auch nichts machen, der ist sowieso weg. Ja, also, die bestverdienenden Spieler sind eben Kalkedo gewesen, jetzt ist Pires, also wird das dann Moxie werden und den, sein Vertrag wird auch auslaufen. Also werden wir da auch noch einiges zu tun haben. Mecaninden, Bestverdiener mit Williams dadurch, wahrscheinlich wird das Pires werden, wenn wir ihn wirklich holen. Der Wert ist auch von Püm auf 3,3 Millionen der teuerste Spieler, 2,3. Pires, Ludwig, 2,10 Millionen, Williams, 1,3 Millionen, und ich glaube, unser Neuzugang mit 600.000 ist da schon auch ganz gut bedient. Auch wenn er genau alt ist wie Ludwig. Aber jetzt geht es zum Spiel. Genug geredet. Geheim gegen Bury. Ich glaube, eins kann man da auch schon sagen, oder muss man wohl irgendwie erwähnen, dass es jetzt nicht mehr viele Spiele sind bis zum Meisterschaftsende. Ich glaube, 17, 18 Spiele noch ohne einen Weiterkommen FA Cup. Und einen Weiterkommen im Tafi, wo wir natürlich sowieso hinten nach sind. Nichtsdestotrotz, jetzt geht es einmal gegen Bury, vollste Konstellation, dann kann Barnsley wieder ins Visier kommen. Wir sehen schon, Tena mit 26 Vorlagen, natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Trefferchen da, trefferchen dort. Das ist Philippe Pérez. Wenn er das Schießen irgendwie verlernt hat, kommt mir vor. Man hat es dort hinten ausgeschlagen, dann muss er gegen Bury da auch ein bisschen was drin sein. Man muss diese Motivation mit einem von einem Prosenek wieder getroffen. Story gut getroffen. Er liegt dann am Boden. Also ich verletze, ist die Frage. Ich zeige nicht, der trifft Bury auch nicht mehr. Ja, Ludwig hat sich verletzt, den werden wir natürlich gleich auswachsen. Können wir dann nicht riskieren. Ismail. Ismail. williams wieder ein sehr gutes rv cup spiel abgeliefert in der jetzt zu so eine starke leistungen hier ist da bin ich jetzt bis hier ein bisschen diese vorsichtig ist auch nicht mehr trifft haben wir kein problem aber nicht gut ausgesehen hier wieder mal die verteidigung und 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 Okay. Und wir nehmen Swin in die andere Richtung. Und wir nehmen Swin in die 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 Richtung. Und wir nehmen die Richtung. Und wir nehmen Swin in die Richtung. Und wir nehmen 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 die Richtung. zu ramirez Garnier und es ist noch 2 zu 2 und ich sage es ja, das ist der einzige auf den man sich verlassen kann beim Torschießen wichtiger Treffer da ist er jetzt wieder da bei 90 Minuten es ist zumindest da hat man jetzt wenigstens das Z2 gerettet das war wichtig wenigstens den Punkt zwar auch verlorene 2 Punkte aber was soll man machen wenn es nicht besser geht bis dann und rein tschau ich gucke es dann geht's Vielen Dank.